Und bitte. Hallo, ich bin Esma und bin zwölf Jahre alt. Hallo, ich bin Bennett und zehn Jahre alt. Hallo, ich bin Jara und ich bin 14 Jahre alt. Hallo, ich bin Christoph und bin zwölf Jahre alt. Und herzlich willkommen zum Event Guide. Und wir sind das... Mob Story Kids Team! Der Event Guide wird präsentiert von was, wann, wolfsburg.de Dem Veranstaltungskalender der WMG. Am 29.04.2022 hier im Planetarium Wolfsburg läuft die Show Die Macht der Sterne. Dort geht es um die Himmelsscheibe von Nebra. Viel Spaß dabei! Kamera, lol. Action! Wir stehen hier vor dem Scherunen Theater in Wolfsburg. Wer Lust auf klassische Musik hat, der kann am Montag, den 2.05. hier um 20 Uhr im Haus das Staatsorchester von Braunschweig mit dem Titel Helden hören. Am Dienstag, den 3.05.2022 um 19.30 Uhr kommt ein ganz besonderes Stück mit besonderem Namen ins Kunstmuseum. In diesem Stück geht es darum, dass ein langjähriger Türsteher einen Job in einem Kunstmuseum bekommt. Spannend, oder? Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Webseite vom Scheruntheater. Am Sonntag, den 1. Mai von 11 bis 16 Uhr präsentieren die beiden Wissenschaftler Daniel Fenghaus und Wolfgang Reivers im Phenur im Rahmen der Volkswagen-Kooperation Meet the Silence zum Thema Eine grüne Innovation der Urbanfilter Ab nächster Woche dann Sonderausstellung Phenobricks Und jetzt zum Sport Die Bundesliga der Männer beginnt am 30.04. Wolfsburg gegen VfB Stuttgart um 15.30 Uhr Die Champions League der Frauen ist am 30.04. Wolfsburg gegen FC Barcelona um 18.00 Uhr Und nächsten Monat geht es beim Baseball mit den Blackbirds wieder los. Das war der Eventguide von den Wolfsburg Kids. Bis zum nächsten Mal, eure Jahre. So. Untertitelung des ZDF, 2020